Shalom Aleichem, es ist so viel zu lernen, und guck mal hier ist beerdigt Hindele. Und die Leute haben ihn genannt, sie genannt Johanna, also Hindele ist die jüdische Namen. Und die weltwelle Namen ist Johanna, die Tochter von Selig Galuschmidt, oder Goldschmidt. Die Frau von Asher, der genannt Avraham, der wurde bekannt Adolf, Stern, sie war eine großzügige Frau zu ihren Eltern, sie war eine Hilfe zu ihrem berühmten Mann. Und jetzt, was ich wollte, Bechokhmat Lev, mit deiner Herzensweisheit, also Bauchgefühle, intuitive Klug, Herzensklugschaft. Chochmast Lev, das ist eine Sache, die Frauen haben, sehr viele Frauen haben das, das interessiert mich, dieses Thema Chochmast Lev, sehr. Also mit Seychel, also intelligent, nicht nur im Herz, auch im Kopf, hat sie Seychel und Verstand. Und mit Wunah und Vernunft, sie hat geführt ihre Kinder in den Weg von der Emunah. Und nur Gutes und Wolltätigkeit hat sie nachgejagt, ihr Leben, bis sie kam zurück zu der Chef, zu ihrer Jugendfreund, ihrem Mann. Also der Mann ist wahrscheinlich früher gestorben. Der ist gestorben, Tafrisch Bealev, und sie ist Tafrisch Zadig Wov.